Yo, da sind wir wieder. Mike, was ist auch da noch? Immer noch. Hallihallo! Ähm, ja, ich denke, mein Titel steht Finale, und wenn nicht, dann... Ja, ist einfach so, ne? Fail! Entweder Finale oder Fail. Irgendwas von beiden steht drauf. Genau. Aber es wird Finale stehen, ist ja klar. Grrrr, wer hätte gedacht, ach so ein kleiner Stroll, wie du so viel Ärger machst. Eigentlich haben wir das gelesen schon, aber ich mach's nochmal. Ich kann nicht glauben, dass du mein zweites Ich-Arganem zweimal besiegt hast. Aber in mir hast du deinen Meister gefunden, das Zweifelser singst du nie und nimmer. Ich werde dich vernichten, dann werde ich der Herrscher über beide Welten sein. Ähm, nee? Diesmal machen wir den aber fertig, den Kerl. Erst beim letzten Mal das Sehen. Oh yeah! Ach so, und ich hab übrigens Offscreen hier, weil wir hatten ja voll keine Meta mehr, wenig Herzen und... ...voll wenig Manker-Energie. Ich hab hier drei blaue Elexieren, 999 Münzen, ähm... ...ne Fee und... ...paar Bomben. Fail hab ich nicht wirklich gefunden, aber... naja. Egal. Brauchen wir ja nicht. Also nicht so viele. Ich will mich von dem Fail nicht so treffen lassen. Und im nächsten Moment, der habe ich, äh, werde ich getroffen. Äh, Pro-Gamer. Das klingt ja schon wieder toll an hier. Aber ich, ich weiß einfach, dass ich es schaffe. Ich weiß es einfach. Verpeilen, verpeilen jetzt das blaue Elixier zu nehmen. Ja, ich wollte es gerade machen. Mann, er ist nicht mal in der zweiten Form und jetzt schon. Egal, es läuft alles nach Plan, alles nach Plan. Ja, ne, ist klar, ne? Oh Mann, nicht mehr getroffen. Ich glaub, man hört, glaub ich, das Gamepad-Kart laut. Das... ...könne ich mir vorstellen, glaub ich. Ich hört mir öfters mal laut bei dir. Du Mashed auf dem Ding rum wie ein Bekloppt. Und das ist immer noch heile. Gute Qualität. Oh, da ist nicht nur das Zehnte. Oh Gott. Zweite Form. Du hörst nicht gut, Junge, aber kannst mir gegen eine meine dunkle Kampftechnik bestehen? Und wir sollten übrigens nicht in den Abgrund fallen, dann müssen wir den ganzen Kampf nämlich neu machen. Und da ist nur so ein Schild, dass wir nicht feile brauchen. Oh Gott. Feuerfläder Maus. Ach ja, ähm, ja, Feuerstab. Ah. Na, bin ich mal gespannt, ob du dich jetzt besser dranstellt, wie Läsch das Moor. Natürlich. Ach so, ja klar. Was zweifelig an dir, ne? Ja, aber ich schreien mich gerade auch, ey. Ne, ich und bei dem failen. Aber irgendwie darf der jetzt auch mal sterben. Äh, nein, nicht sterben, sondern seinen Umgang machen. Ja, geh ausfeuern, natürlich. Hallo, mach's nur mal. Hallo. Da, nein, ich war zu lange warm. Nein, ich bin zu... Ich würde einfach immer ohne Steebleibe. Ich würde rechts und links die Fackel immer wieder anmachen. Und einfach warte, bis er runterkommt. Und wenn das dann oben macht, wie... Ach, fe... Ja, irgendwann kommt er auch von... Ach, ich mach das so. Okay. Ich krieg aber auch grad gar nix, ey. Schlimm, schlimm. Ey, Mann. Ich hab ihn noch kein einziges Mal getrefft. Getrefft? Ja. Damn. Ja, doch. Der Kampf entwickelt sich doch, äh, gut. Nein, das ist nur... Äh, keine Ahnung. Ja. Ja, ein Treffer. Mehr als beim letzten Mal, ja. Oh, yeah. Auch keine magische Energie mehr. Ähm, warte. Wir müssen mal ganz kurz einen Cut machen. Ich weiß, es ist Endboss, aber es muss kurz sein, ja? Tut's. So, da, äh, sind wir wieder. Das war eine kleine Unterbrechung, aber sie musste leider sein. Aber, da fällt mich nicht davon ab, diesen Honk hier umzubringen. Honk? Keine Anspringung auf Gronk? Ich hab ihn getroffen! Ich, ich, ich hab ihn getroffen! Das habe ich doch wohl eindeutig gesehen. Das ist so ein... Ach, keine Ahnung was. Der, der nervt mich grad nur noch. Er hat aber... Er hat aber Ähnlichkeiten mit Gronk. Oh mein Gott, ich hoffe, das hat man grad nicht im Mikrofon. Hast du das? Ja, sehr deutlich sogar. Ich hab schon da rote Aufnahme gehört. Ach, ist mir jetzt auch egal. Du hast jetzt blazing, kriegst du bei gleichzeitigem Zimmer rumgebohrt. Jo, was soll's. Das ist der zweite Mal nebenan, ja? Jetzt komm, er macht einen schönen Umhang. So, nicht jetzt? Oh Mann. Okay, und halt die Leute, ich muss mich konzentrieren. Oh Gott, der Kampf kann auch ewig dauern. Nein, nein. So, jetzt haben wir auch ein bisschen was so ununterwunder, so schön es ist. Miauum. Oh, boah. Oh Mann. Man sieht, die Wand war fertig. Ähm. Ja, hier haben wir einen schönen Raum. Und hier, ganz weit, ganz weit oben. So weit kann und benommen ist, besiege dein Schicksal mit, besiege sein Schicksal mit einem Silberfall, Markus. Oh mein Gott. Ja, genau das sollte ich dir vielleicht nicht mehr machen, ne? Habe ich doch, ich hab mir noch ein paar Mal getroffen, aber es geht nur, wenn er umhang hat. Verstehst du? Ja, ja, ist klar. Hm. Wollen wir hier Part beenden? Was? Nein, nur so, weil, ähm. Müsste jetzt ungefähr 15 Minuten sein, nach dem Cut gerade nehmen wir es über zwei Minuten auf. Dann machen wir das jetzt also ein Part, wo dann Fail drüber steht, wie ja schon angekündigt. Oder so. Und, ähm. Ja, dann machen wir dann auch den nächsten Part, ja? Okay. Okay. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Peace. Ciao.